ja da bist du also musik was soll das dann müssen wir den also noch tiefer machen hier noch drinnen ich kann es in der Minute wird es dunkel wir sind doch sicher hier dachte ich immer aber ich will zu hoch kommen ohne Lighthand du musst du es außen rum hat er sagt ich mache ihm leidern so wird das mal reichen hoffentlich zack ähm Leiter macht man aus Dix Leiter macht man so wie viel Leiter brauchen wir das müssen so reichen vier ja zweimal zwei ja vier ich hab zwei habe ich schon hingebaut werfen wir schnell runter bevor irgendwas bohrt ich bin 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 ein kleiner Schieber wie sieht das nicht stylisch aus die zwei Gläser wie schon mal angebracht So, ich hab jetzt 10 Dingens erstmal Holzkohle Dann werde ich hier draus erstmal Nee, du kannst Du kannst mal Bodenplanks machen und Dann als Brennstoff Reinpacken Wenn du so nett wärst Oh War das Honig gefallen? Hä? War das Honig gefallen? Mein, äh, mein, mein, mein Wie heißt das? Kopfhörer Cool Na ja, nicht wirklich cool Oh, hier fehlen Facke Sieht scheiß aus, oder ist zu dunkel? Boom, 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 boom Yeah, das sind ja auch Seil, ja Warte, machen wir anders Hä, was hast du denn jetzt gemacht? Was soll ich da oben reinballern? Was? Na, warum? Bodenplanks Damit wir Holzkohle haben Achso Das geht so, aber das wusste ich gar nicht Wieso, ne, so steht das in der Minecraft-Wiki, so hab ich das gelernt, wie hast du denn gedacht? Äh, ich hab noch nie Holzkohle? Holzkohle gemacht, ja Achso, ne, ich mach das immer, weil ich hab nicht Bock, mal Kohle zu suchen Ah, na, ich hab mir mal im Wald angepflanzt Könnt man's hier, würde ich auch machen, aber, naja So, mal schlafen Warte mal Ich krieg gerade eine wichtige PM rein in einem sehr geilen Forum Hier Streck dir meinen Arsch hin F5 Ja, was? Drück mal F5 Äh, ja, warte Ich drück gerne F5 Wo ist mein... Es ist dunkel Jetzt hab ich Ehrlich, ich bin doch nicht schwul Kannst du mal weggehen? Hä, ich hab'n Frauen-Skin Wonach sieht das hier eigentlich aus, hier? Na, du bückst dich dann Nach vorne, so wie ich gerade Na, ich meine, guck mich mal von vorne einmal kurz an Ja Und jetzt? Wonach sieht das aus? Ja, das weiß ich auch noch nicht so genau Hat mir mal irgendwer gesagt, aber mir fiel bis heute nicht ein Na, was das? Ja, ja Flapen Oder guckst du PM? Ich guck, warte Ja, ich kann mich Oh, hier sind ganz... Oh, Creeper vor unserem Haus Nein Wieso? Wieso nicht? Wieso, nein Hä, das war jetzt ein Ironisches Nein Weißt du? Achso, ja Ironie ist jetzt wichtig Also nein, eigentlich Ironie ist eigentlich auch das falsche Wort Da kannst du Nein Hier sind fünf böse Männer vor unserem Haus Fünf Fünf? Viermal Zombie Und ein Creeper Unglaublich Ach, du schläfst? Ja, ich warte Das ist ja nett Ich bin über dich rübergesprungen übrigens So Ähm Guck mal, wie weit Boah Die Nachbarn brennen Oh, nee Ähm Greif Greif den Creeper lieber nicht ab So, wir haben jetzt 13 14 14 Als Kuhle gleich 24 So, abgeschickt Und ich hab immer noch den F5 Modus drinne Naja Wenn der F8 drückst, dann hast du ja so einen coolen Dings Äh, so eine cooles Sicht Mach mal noch ein bisschen mehr, äh Wir brauchen noch kurz Sand Äh, ich war Schwenzer Hä? Hä, warte Wir brauchen noch Fenster Also klopp mal Sand da rein Genau Klack, auf die Spinne Gegen Spinnen Hilfe, sie killt mich Tod Du bist tot? Nein, ich hab einfach nur Spaß Nein, Creeper direkt neben unserem Haus Boah, wenn ich den, den töte ich jetzt erstmal Spaß So, mit der Holzkohle können wir jetzt Sand machen Das kann ich nicht riskieren, das geht zu weit Wo ist denn der? Ich hab Angst vor dem Der ist, glaub ich, rechts vongegangen Um der Ecke Oh Gott Er greift uns von hinten an, das weiß ich ganz genau Warte mal, F3 Ja, das ist genau neben uns, rechts Wie, was heißt das, wenn man F3 drückt? Ja, dann siehst du doch Die ID-Nummern über die Mobs Über den Haus Genau um die Ecke Er hat mich gesehen Vor allem, wir gehen zurück, wenn wir mal mit dem Haus sehen Äh, wenn man denen zu nahe kommt, dann fehlen die ja hoch Die denken gleich aus, dann hier Hä, du Ficker, komm, ja Ich hab, ich hab, bei mir sieht der aus wie so ein Es gibt doch so ein komisches Bild, wo Ich weiß nicht, wie das Bild heißt Das hat man einen Kunstgehalt, wo so Wo man die Hände, wo die Keine Ahnung Ja, alles klar Wo die so, wo so schreit, wo so ein Mensch so schreit und die Hände so am Kopf so hat Und so, ahhh Ja Ich weiß nicht, wie das heißt Ja, nicht Aber wenn du siehst, dann wirst du es bestimmt wiedererkennen Naja So Bestimmt Natürlich Nein, so war das jetzt nicht gemeint Obwohl sich das so angehört hat Äh, ich mach, ich klop dann Du hast doch schon Glas, hast du Glas geklaut schon? Deswegen hab ich mich schon gewundert Ne, Quatsch, die kommt denn da aber auf? Äh Ich nehm auch keine Hacke Äh, Axt Warum? So, ich geh angeln Nein Schwert Creeper Creeper Nicht da Cool, freut mich Dann geh ich hier in ne Äh Ja, was? Der musste aber doch irgendwo hier sein Dann können sie ihn nicht aufgelöst haben, oder? Doch, die D-Spawn noch eine Weile Achso Aber ich hab, ich trau dem Ganzen, die spawnen noch nicht ganz Dann mach doch F3 Guck doch Komm schon, ne Äh Achso Hast du ihn? Nein Nein Mit F3 kann man auch richtig, kann man auch Caves, sehr gut, sehr gut finden Was, weil wenn du die Mops siehst, oder wann? Ne, die hört man ja auch, unten ist doch diese Kurve Achso, ja stimmt Ja, stimmt, ich wusste ja nie, wofür die ist Jetzt weiß ich es Danke Das ist die Saison Immer wieder gerne Also, ich werde mal gleich ganz kurz für einen ganz kurzen Aufnahmestopp Okay Damit ich Sofort? Ganz kurz mir was zu trinken holen könnte Das ist super nice Und ich gehe in der Zeit auf den Klo Schon wieder? Ja, ich muss wirklich oft Ich trinke immer viel zu viel Ja, du bist doch so ein Eis-Tee sucht, die, ne? Ne, nicht mehr Nein? Leider Meine Mutter wollte mir den nicht mehr kaufen, weil ich zu viel davon getrunken habe Wie echt? Ja, ich habe 16 Packen in der Woche getrunken 16 Stück? Ja, mit 1,5 Liter Warum das denn? Das ist doch nicht gesund Weiß ich nicht, ich habe es noch nicht durchgehabt Ja, jetzt trinke ich so viel mit Wasser eigentlich Na gut, ein bisschen weniger, aber trotzdem Okay, Wasser ist natürlich über Ey, aber dieses Eis-Tee, das geht auch runter wie sonst was Natürlich Das kann sich so in einem wegkippen Genau Ja gut Machen wir einen Aufnahmestopp? Ja, ich würde dir aber raten Ja, ich wollte gerade sagen, gehen Sie raus erstmal, warte Warte Ob noch ein Fisch kommt Ach, scheiß drauf! Warte Hier hoch, wenn ich hier hochkomme Ähm, so, um ins Haus gehen So, und Aufnahmestopp! So, da sind wir wieder Bei euch sind es jetzt keine Sekunde, die vergangen ist Bei uns eine halbe Ewigkeit schon fast Genau Nein, bei uns war es nicht so lange Genau So, äh, schlafen, oder wann? Schlafen, schlafen Sieht immer so aus, als wenn sich jemand ins Bett schmeißt, wenn du auch Ja, aber Gut, guck, glaub, der Glas ist fertig, jo Bitte, Hahn, du bist doch ne Glas pro hier Los, Herr mit dem Glas Hier Ich so wieder essen Oh, ho, ho, das sind zu viel Nein, no! No! Boah, bin mir schocken, fucking Creeper, ja Wow! Zwei, zwei fucking Creepers Ich komme Leck mich mal schnell Warte Wo bist du denn? Wo bist du langgegangen? Rechts, links? Äh, ich seh dich, ich seh dich Warte Ey, fliegt euch doch mal Ey, ich brauch'n Wohm Nein, ey, die laufen direkt nebeneinander Ich seh, ich will hinter ihn Ich werd' einen zu mir lenken, den holst mich nicht anderen Ja, mach'n Alles klar Wo sind die Arschkriege Ey, Creeper, komm her Sehr gut, das hoffentlich schaff' ich's Tot, hab' einen Schaffst du doch immer wieder, ne? Scheiße, wie viel Steinen muss ich denen geben? Na, mit Steinschwert drei Ja, gut, zwei Stück Du hast ja gesagt, du weißt das aber Machst ja das nicht Ich kann nicht das auch, aber das ist jetzt hier der Aufnahmeeffekt Natürlich Nein, aber normalerweise lauf' ich auch nicht mit Steinschwertern rum, deswegen Achso Na, ein Eichenschwert könnten wir uns machen Ey, Diamant Ja, wenn schon denn schon, ne? Nein, eigentlich kann ich's, aber anscheinend kann ich's doch nicht Ich red' mir halt gerne mal an, dass ich's könnte Damit man sich ein bisschen cooler fühlt Das ist jetzt ja mit der Aufnahme so ein bisschen, hab' ich auch was mit Ruf zu verlieren Nein So, ähm, ich geh hier runter und such' mir Fischis Damit bin ich nicht mehr ständig welche suchen müssen Äh, beziehungsweise Nahrung Das ist jetzt holen, was ich hier mal tue Was machst du denn? Ich mach' jetzt den Garten Gut Garten Ey, da hätten es sogar auch, hab' ich mich doch nicht versehen Ja, her damit Ja, her damit Ich hol's gleich, okay? Ja, ja Da sind noch ganz viele rote Blumen Ne, das ist nicht so clever, hier die Position hinzumachen Stopp, ahl, stopp Halt, stopp Jetzt rede ich Zu geil, ey Ich liebe Andreas Ich hab' ne Facebook Gruppe mit 700 Likes Wegen Andreas Das Ich hol's Das geilste ist, ich muss morgen direkt schon wieder um 8 Uhr aufstehen Wieso? Äh, ja, ich spiel' morgen Fußball entfallen Was das denn? Jetzt, jetzt So, jetzt werde ich ein Schaf rasieren mit der Angel Und, du hast sogar einen Schaf mit der Angel rasiert Ja Nicht coole daran ist, wenn du mit der Angel machst, dann nimmt der Schaf keinen Schaden Wird zwar angezeigt, aber, naja Du kriegst die Wolle Weißt du was ich mein's? Nein Na, wenn normalerweise, wenn du mit der Hand drauf haust, dann nimmt das Schaf ja schaden ein bisschen Und du kriegst die Wolle Ja Und wenn du mit der Angel machst, dann wird zwar angezeigt, dass du den Schaden bekommst Aber, kriegst, aber nimm keinen Schaden und du kriegst trotzdem die Wolle Hm, ach so So So